Der Obsthof Müller steht für Regionalität. Dies drücken wir aus mit den Produkten, mit den Früchten, die wir hier anbauen. Das sind die Äpfel, die Aprikosen und die Kirschen. Ein guter Apfel, ganz klar, der hat Farbe, der ist saftig, der schmeckt wunderbar. Wir haben ein sehr breites Spektrum, also wir haben 14 oder 15 Apfelsorten. Da ist für jeden Geschmack was dabei, von süß bis sauer, von hart bis weich. Bei uns kommt wirklich nur Frucht, Zucker und Pektin an die Marmelade und nichts weiter. Ganz viel Liebe. Herr Rufen. Nach dem Blüten sind die Linz, die Sie nicht mehr als in Böten die Kirschen. Deruer ist der Herr Rufen.